ARD Text im Auftrag von Funk 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 Genau wie du gestorben bist, hat sich mein Gamer aufkriegen. Ja, wow. Wir müssen in die Zone. Da ist es eh nicht. Da kommt der Shotgun, Shotgun, Shotgun. Wir haben doch Shotgun, das ist richtig mies. Ja. Noch ein Shotgun. Wir lassen ja auch einen leben und dann... Aufpassen, feindlicher Spare gesichtet. Oh, das ist einsam. Ich werbe den Granaten, aufpassen. Aufpassen, Sturmsoldat. Und nach hinten noch. Das ganze Contaminator-Ding, das sollte nach hinten sein. Das hier auch hinten spornen. Okay. Aua ist geportet. Genau. Hacker. Wir haben einen Schlag. Aua. Ich brauche Ammo, oder? Ja, das war mir klar. Das... Ah, da haben wir eigentlich nicht. Das... Da hast du noch. Na ja, in meiner Sekundärwaffe habe ich hier über 1000 Schuss. Ja, da muss ich halt die Nutzer. Mhm. Ich weiß nicht, wie er hier in der Richtung guckt. Da kommen die von beiden Seiten, gell? Vermutlich. Ja. Ja, ja, sind schon da. Die Weißen kommen, glaube ich, von seiner Seite aus. Oh, oh. Da drüben, Speer! Machinengewehr gesichtet! Machinengewehr gesichtet! Oh Gott, ich habe die... Die letzte sind wo draus. Da bei dir? Ja, ist bei mir. Ja, ist bei mir. Da kann man sich nicht bewegen, gell? Ja, ist bei mir. Ja, ist bei mir. Ja, ist bei mir. Der Boss würde alles reinpacken. Soll ich alles rein tun, oder? Jo. Ich brauche mich nicht schon. Ich will die Poste kommen. Aufpassen, Maschinengewehr! Mann, wie er halb in der Band ist mit seinem Kopf. Ich kann ihn in den Kopf treffen. Kiki, ihr Polz ist aber vor. Die Fall ist easy. Im Nahkampf ist sie so geil. Die E-War. Ich muss 3-Piece-Striker reinmachen. Dann ist er auch über Long-Range geil. 3-Piece-Striker? Ich habe 4-Piece-Striker. Mann, mein Game hängt schon da! Ich quitte jetzt, glaube ich. Ich habe echt keinen Lust. Ich kann deine ganzen Reste verweilen. Wir müssen noch. 125. 2 Runden vermutlich. Hast du eingesammelt alles? Ja. Das ist so viel angenehmer, um... ...classified zu formen. Aber du hast bis jetzt auch noch keinen Strike-Striker und Sentry rausgekriegt, oder? Naja. Ja, vielleicht. Entweder haben wir hartes Pech, oder es wird wirklich nicht gedrobt. Ich kriege den Namen. Was? Dass man jetzt, dass man keinen Blobs bekommt. Aha. Okay. Oder Badluck an sich. Ich weiß ja nicht, wie es dann mag sonst so läuft. Also Badluck. Ne? Wir kommen sowieso, wenn es nicht Badluck läuft. Blob hat generell Badluck beim Loot. Kaum zu glauben, aber bei Badluck ist es ganz okay. Zumindest ja, im Vergleich zu dir. Ich muss jetzt noch spielen, ja. Nur Drops. Drops bekomme ich auch. Wollt keine guten aus. Ja. Beim nächsten Global Event. Das schafft man ja. Ah! Nein! Geh's mal auf den Rücken, bitte. Auf das Munipur geht. Geh's auf seinen Kopf. Geht schneller. Geht nicht schneller. Doch, doch. Bei der Zeit kann er auch nicht schießen. Ah, doch, doch. Er weiß genau, was er tut. So langsam wurde zerharrt, unübersichtlich im Stash. Ich hoffe, das geht sich aus mit der Munition. Dann... Hm. Wir haben zwar genug. Ich kann auch schämen. Ja. Free this mask. Das Ziel darf nicht fallen. Verteidig das. Ja. Hold to stick your penis. In... Ja, okay. Fuck, ich habe vergessen, was Steckdose heißt. Steckdose. Socket. Socket, ja. Steckdose. Ah, stickdose. Beber, stickdose. Okay. Genauso wie die Badetube. Ja. Wie dann? Was tut mir an? Hm, ich will hier auch noch kurz das MG-Teil hier. Ich habe eine Nomadenweste, die mir nichts bringt, weil sie Penis ist. Gleich so gut. Oh, ich sollte doch mal wieder Sack verkaufen. Schon 10 Millionen ausgegeben jetzt. Oh, ich habe ein normales... ...normale Binge in die Pads bekommen. Kann ich schon schrauben. Hab schon. Ja, normale. Keine Placify. Ja, ja, stimmt. Blödes Problem. Ach, aus der Box oder was? Ja. Ja. Holy shit. Schon 6x re-rolled. Und ich... Keine höheren Helfer. Okay, da. Welcome to my world. Did I... ...classify as well? GG. Entschuldigung. Mit dieser ersten勝chung we proveen diese Amerikern zu sein ein Marne, Reckless und Dissorderlich. Wir haben die Werte und Iron Willen. Wir sind nicht dort. Okay. Okay. Alles in der Umart. Oh ja. Auf meiner MP habe ich einen 3,4 verpustet und auf meine Sniperne einfach... Geh Kevin. Aber... Vielleicht kann ich es ja... ...witchen. Hält schon die Damage einfach. Lass sie ruhig zeigen, ich bin kurz weg. Oh stimmt, ich konnte das eine Toilette von der Haus noch wiederholen. Du 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 du. Null events morgen gab ich schief es nicht mal an. Ok Ja dann mach ich Battlefield Tag morgen mal wieder Ruhe Ja Ich will es nicht übertreiben In zwei Wochen oder eine Woche Ich habe schon im Krieg keinen Busch mehr So ein bisschen mehr Oh nein Oh nein Sanitärer! Sieht hier nicht! Sturm, Alter! Da! Weitliche Sanitärer! Weitliche Sanitärer! Da drüben! Weitliche Sanitärer! We have taken an objective action! 's, we have taken an objective action! Wir haben gerade aufsh denkt! Da teide ich das Ziel! Also da nicht! Da, das laden! Wenn du, wenn du, wenn, für aufbefeindlich! Was ist das? 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 Bis aber ich겠어요 Und ja gar nicht so nach워요 Und das das ganze Aber ich weiß nicht Die genau zu treffen Ich muss es geht zwar gut öfter Aber die Leute die Leute brauchen Mittlerweile Ich nicht Ich habe deficiency mehr Kills an iter bleibt mit deiner besten waffe höchstwahrscheinlich ja ich bin ich glaube 4700 ist noch besser ein headlitschner legender sniper wie viel soll man den töten es war sagt mir das ist es nicht wirklich die antwort ja 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 Das war's für heute. Ich hab ihn. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Das war's für heute. er kommt anscheinend nicht mehr zurück es ist Was ist das denn? Da ist Marc, guck mal was zu wissen, der ist wieder da. Ja, ok. Hat's wahrscheinlich Oster-Session gekickt wegen AFK. Was wirst du auf die Haustrunde machen? Deadly oder Destructed? Deadly? Habe ich auch gesagt. Bei SMBs sowieso. Naja, ich weiß halt nicht ob Destructed gegen normale Leute aufgezählt. Mit Armor. War doch mal so. Ja, das war mal so. Ich glaub die mit ein bisschen... ...genervt werden können. War auch leicht dumm. Wird auf dem Ziel nicht verlieren, verteidigt es. Reicht nicht, noo Holy fuck, wie weit ich da weg spawnen muss 80 kills im ATL-SM-Team Reicht nicht, wobei ich da weg